Ich bin Carsten Fischke, ich bin Hobbyimker. Ich finde Bienen extrem faszinierende Tiere. Man kann viel von ihnen lernen und das Leben der Biene ist extrem spannend, das zu beobachten. Die Idee, Bienen auf Bahngelände halten zu können, finde ich ganz großartig. Bienen zählen zu den wichtigsten landwirtschaftlich genutzten Tieren überhaupt. Weniger wegen des Honigs, sondern eher wegen der Bestäubungsleistung. Und deswegen ist so eine Zurverfügungstellung von Flächen da sehr hilfreich, dass Leute die Imkerei betreiben können. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR